Das PCO-Syndrom macht sich ja unter anderem dadurch bemerkbar, dass die Frau weniger regelmäßige Zyklen hat oder auch gar keinen Eisprung hat. Und das ist natürlich nicht gerade förderlich, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht. Und deswegen sprechen wir heute in diesem Video über das Thema PCO-Syndrom und Kinderwunsch. Viel Spaß dabei! Das PCO-Syndrom ist auch heute noch mit die komplexeste Stoffwechselstörung bei der Frau schwierig zu therapieren, muss ganzheitlich angegangen werden. Eine große Compliance seitens der Patientinnen ist da erforderlich und all das macht natürlich auch das Thema Kinderwunsch ziemlich schwierig, aber eben nicht unmöglich. Was genau das PCO-Syndrom ist, worum es da geht, welche pathophysiologischen Abläufe da ablaufen, also was schiefläuft, das erfahrt ihr alles in diesem Video, wo ich die PCO-Basics erkläre. Hier geht es jetzt wirklich nicht mehr um die Basics, sondern schon für Fortgeschrittene um das Thema Kinderwunsch. Die größte Problematik ist ja auch bei den PCO-Patientinnen, dass hormonell ein Ungleichgewicht entstanden ist, eine sogenannte Androgenisierung. Die männlichen Hormone, wenn man sie so nennen möchte, sind im Verhältnis zu den weiblichen Hormonen erhöht. Es gibt einen sogenannten LH-Exzess, also ein Exzess eines luteinisierenden Hormons und dadurch kommt es natürlich auch in der Peripherie, also in dem Gewebe, was nachfolgend ist, zu Störungen, sodass die Zyklen bei einer PCO-Patientin entweder gar nicht vorhanden sind, es kommt überhaupt nicht zum Eisprung, oder es sehr lange und unregelmäßige Zyklen daraus resultieren. Das Ganze wird meistens noch gekrönt mit einer erheblichen Stoffwechselstörung, die den Gipfel hat in einer Insulinresistenz, also einem Bild, was dem Diabetes mellitus gleicht. Das wichtige Hormon für den Zuckerstoffwechsel Insulin wirkt nicht mehr so gut an den Zielzellen, also an dem Rezeptor. Und dadurch erhöhen sich natürlich auch die Glucose, also Zuckerstoffwechselprodukte im Blut. Und wie dieses Schaubild hier zeigt, ist Insulin nicht nur eine Begleiterscheinung, sondern wirklich fast der Mittelpunkt einer ganzen Kaskade, die nicht förderlich ist bei dem PCO-Syndrom, weshalb wir auch nachher nochmal ganz speziell auf die Therapie dieser Insulinresistenz zu sprechen kommen. Ihr seht hier, dass Insulin selbst dieses LH, dieses luteinisierende Hormon, erhöhen kann. Und dadurch kommt es am Eierstock wiederum zur Freisetzung von männlichen Hormonen, die wiederum dazu führen, dass das Sexualhormon bindende Globulin, das ist quasi das Globulin, also Protein, was die Sexualhormone bindet und inaktiviert, das geht langsam in den Keller, weil sehr viele Hormone gebunden werden. Und dadurch gibt es immer mehr freie, vor allen Dingen männliche Hormone, Testosteron, Andros, Dehendion etc., die jetzt im Blutkreislauf frei zirkulieren können und eben dieses Vermännlichungsmuster machen, was PCO-Patienten sehr oft haben und eben auch dazu führen, dass die Zyklen ausbleiben. Also, wie ihr seht, ziemlich komplexes Bild, was wir jetzt einmal strukturiert angehen möchten. Im ersten Schritt müssen wir uns überlegen, beim PCO-Syndrom ist das große Problem, wir haben kaum bis gar keine Eisprünge. Wir müssen jetzt also zusehen, dass wir wieder ein zyklisches Geschehen hinbekommen, weil wir brauchen ja den Eisprung, um ein Kind zu zeugen. Und das geht auf mehreren Wegen, beziehungsweise eigentlich beginnt der Weg immer gleich. Und das ist auch erstmal unerheblich, ob ihr Kinderwunsch habt oder nicht. Da zeige ich euch mal ein schönes Stufendiagramm, wie man vorgeht beim PCO-Syndrom. Wie ihr in dem Schema seht, ist der größte Baustein Lifestyle-Intervention und die fängt eben bei euch an. Und das macht es natürlich enorm schwer, weil einfach mal so ein Leben umkrempeln ist für viele Menschen einfach der größte Schritt und einer der schwierigsten Schritte. Und was man bei PCO-Patienten ja auch oft sagt, weil sie eben zum hohen Prozentzahl adipös sind, also mehrgewichtig, ist, dass man das Gewicht reduzieren sollte. In dem Schema seht ihr aber, dass es noch nicht mal so sehr primär um die Gewichtsreduktion geht. Die ist natürlich enorm wichtig und auch förderlich, gerade bei Kinderwunsch. Aber es geht erstmal nur darum, seinen Lifestyle insofern zu ändern, dass die Ernährungsgewohnheiten angepasst werden und für ausreichend Bewegung gesorgt werden muss. All das spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle bei der Insulinresistenz und natürlich auch bei der Verarbeitung der freien männlichen Hormone. Also die Lifestyle-Intervention ist schon mal der absolute Baustein und dem Ganzen gibt man ungefähr sechs Monate Zeit. Da liegt es natürlich viel an der Patientin selbst, ob sie das so wahrgenommen hat und umgesetzt hat oder nicht. Nach sechs Monaten trifft man Patientin dann wieder und schaut, wie die zyklische Lage ist. Und jetzt entscheidet sich eben, und hier splittet sich das Schema auf, Kinderwunsch ja, Kinderwunsch nein. Und wir konzentrieren uns hier einmal auf die Seite mit dem Kinderwunsch. Was können wir machen, um jetzt eben dazu zu sorgen, dass wieder Eisprünge stattfinden? Und wir arbeiten uns bei dem Schema systematisch von links nach rechts vor und müssen erstmal über den Zuckerstoffwechsel sprechen. Wir haben jetzt so ein bisschen Insulin schon angerissen, wie enorm wichtig das ist. Also auch enorm wichtig, dass Insulin und deren Resistenz vermieden wird. Und hier ist es auch schon bei Kinderwunsch so, dass man mal schauen sollte, hausärztlich oder auch gynäkologisch, ob hier schon eine Insulinresistenz vorliegt. Und dafür gibt es sogenannte orale Glucose-Toleranz-Tests, die man in der Schwangerschaft screeningmäßig eh bekommt, aber auch schon vor der Schwangerschaft einen Hinweis geben, ob hier eine Insulinresistenz vorliegen könnte. Wenn du in deinem Risikoprofil zum Beispiel ein Diabetes in der Familiengeschichte irgendwo hast oder durch Übergewicht eh prädisponiert bist für ein metabolisches Syndrom, hohe Blutfette hast, dann ist so ein Glucose-Toleranz-Test durchaus sehr wichtig, auch im Vorfeld schon zu machen. Um hier zu schauen, könnte man dann gegen die Insulinresistenz schon vorgehen. Und das tut man mit einem Medikament, was für DiabetikerInnen zugelassen ist, und zwar das Metformin. Frauen mit PCO-Syndrom werden dieses Medikament schon gehört haben. Metformin wird also bei DiabetikerInnen eingesetzt, ist aber bei PCO-Patienten mit einer nachweislichen Insulinresistenz oder dem Verdacht eben ein Off-Label-Use. Also für diesen Einsatz nicht zugelassen, weshalb auch das Rezept auf einem Privatrezept, meistens lange du das selber zahlen musst. Gott sei Dank ist Metformin relativ kostengünstig, sodass das auf jeden Fall erschwinglich ist. Das Metformin hat studienbasiert viele, viele Vorteile, verbessert die Insulinresistenz, verbessert sogar die Blutfette und hat sogar nachweislichen Effekt auf die ovulatorischen Zyklen, also verbessert den Zyklus. Würde man ja denken, wow, Wundermedikament bei PCOS. Und tatsächlich wird es auch gerne und oft diesbezüglich eingesetzt, aber sehr oft nur bei mehrgewichtigen Frauen oder aber einer manifesten Insulinresistenz. Weil hier die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe gesagt hat, für diese Frauen erwarten wir einen Benefit des Metformins. Was ist jetzt mit den schlanken PCOS-Patientinnen, die eben keine nachgewiesene Glucosetoleranz haben? Auch hier kann man tatsächlich Metformin einsetzen. Es ist ein Trial-and-Error-Versuch, so sagt es auch die DGG. Also man könnte es probieren. Endokrinologisch wird der Effekt aber wahrscheinlich nicht so hoch sein. Und deswegen ist die Datenlage bei schlanken PCOS-Patienten eben auch geringer. Aber man könnte es probieren, was auf jeden Fall bei beiden Parteien dazugehört, dass man natürlich eine gute Aufklärung macht über die Nebenwirkungen. Gerade gastrointestinale Nebenwirkungen, Magen-Darm-Probleme sind bei Metformin sehr, sehr häufig. Und deswegen muss man es auch BMI-adaptiert schleichend beginnen. Man kann also jetzt nicht mit der höchsten Dosis direkt vorne reinpreschen, sondern muss es langsam steigern und eben auch an den BMI der Patientin anpassen. Kommen wir zum nächsten, was viele PCO-Patienten im Zusammenhang auch mit der Glucosetoleranz gehört haben, das Inositol. Inositol ist im Prinzip ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer Standarddosierung von 2 Gramm täglich versuchen Patienten eben ihre eingeschränkte Glucoseverstoffwechselung mit diesem Inositol in den Griff zu bekommen. Es wird oftmals medial und auch im Internet so beworben, als ob das das Wundermittel ist. Ich nehme Inositol und alles wird gut. Gut, die Studien sagen leider was anderes. Sie sind nämlich ziemlich heterogen und wenn man mal eine Cochrane-Review nimmt, Cochrane ist so der Olymp der Wissenschaft, dann sagt die Cochrane-Analyse auch, es gibt wirklich nicht die klare Evidenz, dass Inositol wirksam ist. Vor allen Dingen nicht wirksamer gegenüber Placebo und auch nicht wirksamer gegenüber Metformin. Aber es wird oft auch im Zusammenhang mit Metformin gegeben. Es ist definitiv auch einen Versuch wert. Es schadet erstmal nicht, wenn man denn Inositol gut verträgt. Wichtig bei Metformin ist auch zu wissen, gerade in der Langzeitanwendung führt es nachweislich zu niedrigen Vitamin-B12-Spiegeln, sodass man hier auch den Vitamin-B12-Spiegel im Auge behalten soll und zur Not auch substituieren müsste. Dann arbeiten wir uns langsam in die Schema-Mitte vor und jetzt wird es ja extrem spannend, denn jetzt geht es darum, die Eierstöcke von PCO-Patienten eben ein bisschen anzustupsen. Und das ist ja wichtig. Die Eierstöcke und auch die Follikel und die darin enthaltenen Eizellen funktionieren ja. Sie sind nur in einem Art Dornröschenschlaf und diesen Dornröschenschlaf müssen wir eben jetzt wecken. Nicht, dass wir, weil wir der Prinz sind, sondern wir haben Medikamente, die auch auf Label-Use sind, die zum Teil auch eingesetzt werden bei Frauen mit Brustkrebs, aber dazu führen, dass die Follikel stimuliert werden. Und hier hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass Letrozol, 2,5 Milligramm, wirksamer ist, als das die letzten Jahrzehnte benutzte Clomiphene, was man aber auch noch benutzen könnte. Heutzutage wäre der Standard aber tatsächlich Letrozol. Wie macht man das Ganze? Man nimmt sich den Zyklusbeginn, das ist meistens Zyklus Tag 2 bis 7, also 5 Tage täglich einmal das Letrozol oder eben das Clomiphene und schaut dann mit dem Ultraschall bei der Gynäkologin, ob die Follikel schon reifen. Und in den meisten Fällen tun sie das auch relativ gut, sodass es vielleicht nach mehreren Zyklen mit Stimulation auch zu dem eigenen Eisprung kommen kann und damit eben auch wieder zu einer Schwangerschaft. Und natürlich auch aufgeklärt werden, dass zu einem Überstimulationssyndrom kommen kann, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Und natürlich auch die Mehrlingsschwangerschaft muss erwähnt werden, weil man natürlich jetzt alle Follikel, die so im Eierstock sind, stimuliert. Und es kann natürlich auch dazu kommen, dass da mehr als ein Follikel springt, also mehr als eine Eizelle sich auf den Weg macht. Was man noch beachten muss bei Letrozol bzw. Clomiphene und falls die Frage kommt, ja, das kann man auch kombiniert mit dem Metformin, was wir eben hatten, auch anwenden. Bei Letrozol ist es so, wenn man schwanger ist, muss man es unbedingt absetzen, weil man weiß, dass das auch Schäden bei dem Embryo verursachen kann. Aber Letrozol hat auch nur eine Halbwertszeit von ein paar und 40 Stunden, sodass, weil man ja am Zyklusbeginn stimuliert, zum Eisprung hin Letrozol schon wieder aus dem Blut ausgeschwemmt ist. Bei dieser Stimulation versucht man eben auch sechs Monate lang die Eierstöcke zu stimulieren, sodass es zum Eisprung kommen kann. Manche Praxen, die da versiert sind, können auch Medikamente mit auf den Weg geben, wo man den Eisprung selbst auslösen kann. Das heißt, man guckt mit dem Ultraschall, wann müsste der Eisprung stattfinden, sieht einen schönen Follikel und sagt dann der Patientin, in drei Tagen bitte spritzen. Dann löst man den Eisprung aus und eben zeitoptimierten Koitus haben. Auch das ist noch ein Weg, um eben aus der Fruchtbarkeit das Maximale rauszuholen. Wichtiger Punkt, ich habe es gerade schon mal erwähnt. Und man kann nicht einfach zu Hause hingehen und sagen, ich nehme mein Letrozol, mein Glomifen alleine und lasse nicht weiter nachgucken. Es ist enorm wichtig, ein Überstimulationssyndrom auszuschließen und überhaupt zu gucken, ob sich was tut an den Follikeln, weil das ist ja wesentlich wichtig, auch was die Erfolgschancen dann angeht. Das Ganze mit der Stimulation kann man bis zu sechs Monaten machen, mit oder ohne Pause, je nachdem, wie die Eierstöcke der Frau auch aussehen. Nach diesen weiteren sechs Monaten sind wir jetzt ja schon fast bei einem Jahr. Also wir haben ja erst versucht, mit Lifestyle sechs Monate etwas zu biegen, vielleicht auch mit Metformin. Jetzt quasi stimuliert sechs Monate, ein Jahr ist vergangen. Der nächste Schritt wäre jetzt hier, das ovarielle Drilling zu überlegen. Und das ist tatsächlich ein operatives Vorgehen, wo man die Eierstöcke mit feinsten Nadelstichen penetriert, was auch nachweislich dazu führt, dass die Androgen, also die männlichen Hormone, zurückgehen. Wenn man jetzt sechs Monate schon Lifestyle-Intervention hinter sich hat, sechs Monate Stimulation und das ovarielle Drilling, dann ist es tatsächlich so, und ich setze wirklich voraus, dass in der Zwischenzeit ganz zu Beginn auch schon ein Spermiogramm des Mannes gemacht wurde, dann ist man so weit, dass man tatsächlich über die künstliche Befruchtung nachdenken muss. Es gibt aber noch zwei Dinge, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, wo es jetzt neueste Studien auch gibt, beziehungsweise so neu sind sie gar nicht, die Erkenntnis, die aber oft in Vergessenheit geraten. Das ist zum einen Vitamin D. Gerade PCO-Patienten mit einem Vitamin D-Mangel haben weniger Chancen auf einen Eisprung sowie auf Lebendgeburten. Das ist nachweislich erwiesen, also den Vitamin D-Spiegel checken ist auf jeden Fall eine gute Idee, gerade in den Wintermonaten haben ja die meisten einen Vitamin D-Spiegel, der im Keller ist. Und er hat nachweislich auch einen Effekt auf die Fruchtbarkeit. Das heißt jetzt nicht, dass ihr blind Vitamin D substituieren sollt, ganz im Gegenteil, ihr müsst vorher den Spiegel bestimmt haben, weil Vitamin D ist eins der Vitamine, die ja fettlöslich sind und sich deswegen auch anreichern können und auch Nebenwirkungen machen können. Super interessant ist der Ansatz des Darmes auf das PCO-Syndrom, beziehungsweise auch die Insulinresistenz. Man hat nachgewiesen, dass gerade PCO-Patienten eine Art Leaky Gut haben. Das heißt, dass die Verbindungen der Zellen im Darm nicht gut stattfinden. Dadurch kommt eine chronische Entzündungsreaktion zustande und das setzt wiederum Insulin frei und fördert eine Insulinresistenz. Also auf ein gutes Darmmikrobiom zu achten, auch mit Präbiotika zu arbeiten und mal Kuren zu machen, könnte einen Effekt bringen. Dafür gibt es aber noch zu wenig Evidenz, als dass es eine klare Empfehlung ist. Aber auch hier zeigt sich, dass die Forschung noch lange nicht am Ende ist. Am Ende bin ich jetzt auch angelangt. Ich möchte dir noch eins mit auf den Weg geben. Wenn du eine PCO-Betroffene bist, hast du natürlich trotzdem die Möglichkeit und auch gar nicht so unwahrscheinlich schwanger zu werden. Es braucht halt ein bisschen Know-how und vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Aber auch dann kannst du ganz normal schwanger werden und auch mehrere Kinder bekommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.